hey ho meine lieben heute bloß ein bonus video die mädels haben auf dem zeugeinkauf gehabt bevor es schlecht wird muss es weg also mache ich heute ganz einfachen würstel burger da steht schon alles der grill heizt auch schon auf schauen wir an was wir alles haben die andere hat letztens sogar noch burger buns angeschleppt ja da werde ich ein paar mal jetzt fertige verwenden naja vier acht zwölf burger buns haben wir insgesamt müssen weg normalen kopfsalat bernerwürstchen und regensburger würstchen ja und der gauder der mittelalte bevor er uralt wird muss auch weg das ist alles was wir haben und natürlich die geile dolly sauce wo ich bekommen habe die werde ich heute jetzt darauf also richtig probieren gut gasgrill schreit er ist bereit naja fast für die paar würstchen wird das chance reichen die schmeißen einfach nur auf den grill drauf und die anderen mache ich nachher noch extra so dann probiere ich jetzt gleich mal was noch aus und zwar werde ich mir hier meine burger buns mit drauf legen schauen wir mal ob wir den käse zum schmelzen kriegen aber das bloß so nebendran liegen haben was weg ist ist weg ach ja nur die linken brenner sind an ich habe gerade eben noch die anderen zwei brenner auch noch angemacht die tostbrote sage ich die burger buns oben drauf mit dem käse dass der ja doch noch nicht etwas besser schmilzt würstchen sind gleich soweit so schaut im moment aus dann machen wir die zwei rechten auch schon wieder aus holen unsere bands runter bevor die uns noch zu knusprig werden da bin ich jetzt schon zufrieden der käse ist ja schön angeschmolzen na komm jetzt her du feigling hot 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 und die würschen das dann auch gleich soweit in der zwischenzeit machen wir hier weiter mit der dolly sauce was da alles drin ist ich kann kein niederländisch holländisch oder was das auch ist aber die schmeckt lecker nach knoblauch hallo patricia möchtest du auch noch ein würschtes bürger ja oder nein gut kuchen oh je dann tun wir jeweils oben und unten etwas von der dolly sauce drauf und natürlich ordentlich salat je mehr desto gut heute das ist meine eins drauf und dann können wir auch schon die würstchen runter holen platz habe ich noch naja das ich glaube das reicht dir würstchen deckel zu und fertig sind ganz einfache würstchenburger ich werde den neuen jetzt gleich noch verkosten ja ja wie ich es gesagt habe absolut einfach oh patricia warst du mit dem bild oh jetzt ist sie aber aufgesprungen davon so oder ne Kiefer ausklappen und reinbeißen na was soll ich sagen er schmeckt wie ein Würstchenburger einfaches schnelles gericht das Zeug musste weg lecker ja in diesen ach ja die dolly sauce diesmal richtig diesmal richtig lecker schön knoblauchig mhm nun ich werde jetzt aufessen und wir sehen uns beim nächsten video ciao bis zum auf Bis zum nächsten Mal.